Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben das neue die neue Kraft entdeckt. Leider habe ich ja keine Freunde und niemand will mit mir spielen und ja damit können wir jetzt kann ich jetzt Gegner beschwören und die sind dann meine Freunde. Da ist ja ein Gegner. Sei mein Freund. Tanis? Ja. Hi. Du warst verzaubert. Ich habe dich zurück verzaubert. Guck mal die töten sich wieder gegenseitig. Einfach alle umbringen. Los, wir müssen außen. Raus aus dem Dungeon. Leute, jetzt werden wir alle fallen. Just a joke. Und ich hab nicht so viel gemacht. Ich hab nicht so viel gemacht. Das ist... Das ist... Assistent. Ich hab mich so viel gemacht. Ja, Moin. Ja, Moin. Und wir haben... Dark Will. Juhu. Alter. Goldblock Ab zum Boss Alter, man verleckt es schon echt toll Wir dürfen die Zauber nicht so spämen Ja, aber müssen wir Ja, aber nicht immer auf verschiedene Manchmal kniebs man schnell ineinander Aber wir müssen überleben Oh, nein Ich hab's überlebt Alles gut Nein Hey ich bin wieder am anfang hier gibt es viele portale das portallabyrinthilfe die sprung der letzten alter alle davon sind mit jambus eigentlich erträgt wenn du Profi bist ja aber es ist einfach essen irgendwie es kommt ein freund getötet ok ja und die stehen da sowieso noch rum kein fall schaden wir wollten zu schnell sein wo sind wir hier Nein, die wird wieder abgestört. Krieg ich eigentlich Schaden von meiner Richtung nicht, oder? Drück ins schwarze. Alle meine Freunde haben mich verlassen und ich... Oh, da war eine... Wahnsinn. Oh Goll. Bist du ins Portal gegangen, oder läuft sie gerade? Ich bin schon wieder tot. Helportier dich gleich. Nein. Ach, dich bereit? Da. Bujoranimo! Hä? Hallo? Ah, das bitte weitergegangen. Ach ja, bitte. Okay, das zweite Portal haben wir freigeschaltet. Da ist Typ der Feind da. Ne, nur einen Typ da. Jetzt hast du unsere Freunde kommen. Achtung. Hau. Was sind das für Vögel? Puh, alter. Das ist ja wie ein Mirror's Edge, alter. Leute, soll ich mal wieder Mirror's Edge Katalyst spielen? Nein! Ja! Ich bin einen Block zu weit gelaufen und runtergefallen. We spawnen bei Thanos. Und ich bringe das Portal und spawnen direkt bei Thanos. Drei, zwei, eins. Nein! Ja, ich bin bei Thanos gespawnt. Ja, ich bin bei Thanos gespawnt. Hui! Oh, das war knapp. Thanos überwiegt die ganzen Waden. Unser Money! Nein! Ich hänge immer irgendwo. Und ich bringe wieder das Portal zu Thanos. Drei, zwei, eins. Hui! Zu. Ta. Nis. Zu. Ta. Nis. Zu. Ta. Nis. Zu. Zu. Pa. Nein. Loil bin ich los. Ich gehe immer noch in das Portal rein. Das ist das Falsche. Was ist das? Ja! Jetzt bin ich wieder angekommen. Guck. Wie gesagt. War das Falsche. Bei Thanos ist Borne Robin immer das Richtige. Ich guck, ist jetzt der Boss. Ja. Dein Fänger. Ich glaub, wir haben noch ein Stück vor uns. Aua! Ich leb noch! Thanos kann ja wieder bei mir spawnen. Mobbing! Thanos? Freund? Das ist er ja! Ei! Ei! Er wurde wiederbeleben. Brodi, wir müssen da unten hin. Da hinten hin müssen wir da unten hin. Nein, diese Arena da vorne, da. Da vorne hin. Huui! Huui! Ich springe voraus. Der Trails springt immer voraus. Ich komme von oben! Nein! Äh, ich hab mal gern ein Bild bringen. Kein Problem, wir machen einfach wieder den. Ich springe durch das Thanos-Portal. Ja! Hier! Hier ist das letzte Portal! Hier! Juhu! Der Boss! Oh nein! Einfach direkt alles auf ihn ballern, was ich hab. Kann ich den nicht einfach beschwören? Nein! Kann ich nicht, schade. Äh, nein! Ah, ist wieder oben! Spinnen! Verfisst euch! Wir dürfen keine Spinnenspawn. Wir müssen ihn besiegen. Okay, keine Spinnenspawn. und Snack ist. Nein! Ich bin gestorben! Okay, ich spring zu Thanos! Hui! Du musstest dich mit Lachen im Portal gehen, dann musst du direkt bei mir. Ich weiß, ich springe jetzt runter. Perfekt. Nicht ohne mich besiegen. Er ist tot! Nein! Nein, ich bin wieder... Teleportier mich! Komm nicht weg! Junge, dieses scheiß Tele... Portal! Nimm mich mit! Neuer Zauber! Hast du ihn auch? Hä? Was war das? Das war das Portal. Okay. Ich hab viele gesehen. Sehr, sehr viel. Und jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich auch. Hier, neuer Zauber! Guck mal! Der beschützt uns gemacht. Schaden uns zu machen. Ja schön, vielleicht will ich den auch haben. Jetzt können wir da wieder hingehen, ne? Warte! Nein! Warte! Nein! Ich hab hier... Oh, ich hab hier... Ich hab hier... Ich hab hier... Ich hab hier... Nein! 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 Er hat eine neue Quest. Der Typ, der bei ihm eben war. Ja! Ja! Wir haben... Wir haben... Wuhu! Wir sind sicher! Ein Schütschel! Juhu! Leute! Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst nur, wer ist uns da. Ich hab bei Zeit, vertreibt ihr vor. Wobei, das hab ich schon bei mir. Alleine nicht. Nächstes. Leute, lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was wir noch so sehen werden. Wir müssen in die Halle. Nach dieser Folge. Ich hab ein neues Item bekommen. Dragonfire Gem. Äh, wo war denn das nochmal? Da oben, oder? Ja. Da! Den Ghost Knight. Wir haben den Giant Spider besiegt. Den Crypt Lord. Der steht leider nicht hier. Und jetzt auch den Ghost Knight. Der Goblin King. Der Dragon. Und der Anubiswege. Und Leute. Unser neues Item hier. Ja. Kreiert. Er schafft einen Shadow Vortex um den Nutzer herum. Der alle drum herum liegenden Gegner Schaden zufügt. Damage 5,6 pro Sekunde. Cooldown 35 Sekunden. Boah, das ist geil. Hier sind noch so viele Sachen, die ich nicht habe. Da auch das mit den Fäusten. Hier sind die Blitze. Was? Das ist der Granado. Das hier gibt Anubis. Das ist ein Laser von Sonnenstrahlen. Mal. Hä, aber wo kriegen wir diese drei Sachen her, hier? Die kriegen wir auch noch. Okay. Okay. Ich glaube, die können wir den Löffel finden. Und wo ist Goblin? Den haben wir noch nicht gefunden. Hm. Mal gucken, ob wir den noch finden. So Leute, das war's mit dem Video. Like, Abo, geile Glocke und teilt das Video mit euren Freunden. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich hab ja Freunde.